Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Profil. Ich möchte euch heute meine Sonntagroutine zeigen. So Sachen einfach zeigen, was ich eigentlich guten finde oder nicht, dass ich ja einiges jetzt so getan habe, mir die Medikamente und Haare. Ja, möchte ich euch gerne berichten. Ja, ich hoffe, dass euch so ein Format gefällt und wenn es euch gefällt, würde ich das gerne mit euch öfters machen. Ja, dass sich ja einiges jetzt bei mir getan hat, auch medikamentenmäßig. Ich habe ja schon vorgebeugt ein paar Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich euch einfach empfehlen möchte. Einfach meine ehrliche Revue abgeben, weil vielleicht hilft es den einen oder anderen, ob das jetzt ist Medikamente oder Pflege. Ja, fangen wir an mit Plantur 39. Das habe ich mir schon die vorletzte Woche gekauft, bevor ich zum Arzt war, weil ich einfach etwas vorbeugen wollte. Ich habe das jetzt eine Woche lang gemacht, das Plantur 39, das ist so ein Tonicum. Das kommt so mit einer, das ist so wie eine flüssige Tintaktur, würde ich sagen. Man gibt sich das einmal am Kopfhaut in der Mitte, genau so. Und dann reibt man das fest ein. Ja, ich habe das jetzt eine Woche lang gemacht und ich muss sagen, es ist eigentlich ganz kribbelt und fühlt sich ganz gut an. Ja, und ich habe das einfach jetzt so vorbeugend genommen. Nächste Woche werde ich dann, also am Montag dann werde ich zur Art Ärztin gehen und werde mir dann was anderes holen, eine eigene Tintaktur. Aber so vorbeugend, warum nicht? Und es hat gekostet nur 8,99 Euro, es schwankt immer. Ja, und ich verwende jetzt so gerne diese Bänder, jetzt seitdem das mit die Haare ist, weil ich will nicht, dass die Haare ständig irgendwie Make-up oder irgendwas abbekommen. Ja, und ich finde das super, diese Bänder bei Action. Und wer kein Action hat, der gibt es auch überall. Auch bei Teddy habe ich letztes Mal gesehen. Ja, und seitdem ich das jetzt mit den Haaren und alles habe, trinke ich viel mehr. Ich schaue einfach viel mehr auf mich. Ich trinke einfach viel mehr. Also ich tue mir unter dem Tag extra noch 3 Gläser so zusätzlich noch dazugeben, weil es auch sehr wichtig ist, ja, einfach einmal auch den Körper, dass er so ein bisschen auch mal entgiftet und entschwankt, der Körper. Ich finde, das ist immer gut. Ja, und dann habe ich noch etwas bekommen, das habe ich schon einen Monat lang getestet. Das ist dieses Sonnenkomplex, dieses Vitaral, das ist nämlich ein Drei-Wirkstoff-Komplex, das bremst den Hunger ein, hat Vitamin D. Und da werde ich euch einmal ein extra Video machen. Ich wollte euch das auch einmal berichten, weil ich das komplett vergessen habe, euch da das Video abzudrehen. Ich habe das nämlich genommen vor die Blutbefunde und ich hatte letztes Mal Vitamin D auch schon Mangel, aber seitdem ich jetzt letzte Woche diese Blutbefunde gehabt habe, ist mein Vitamin D-Mangel eigentlich besser geworden. Aber ich muss trotzdem weiter noch zusätzlich was nehmen, eben wegen den Selen und den ganzen Haaren. Aber es hat auch wirklich meinen Hunger gebremst. So, ja, und da möchte ich euch noch gerne etwas zeigen. Und zwar habe ich mir jetzt von BIPA, das ist die Look by BIPA Eigenmarke, habe ich mir geholt, das sind solche Gummibärchen, die gibt es wirklich fast überall. Die gibt es, schaut aus so wie ein Gummi, schmeckt lecker, gibt es Apotheke, Müller, sogar in der M gibt es diese. Es gibt es auch von Essence, habe ich auch gesehen, gibt es diese Gummibärchen. Ich habe die aber letztes Mal nicht gefunden, ich habe nämlich genommen von Essence dieses Immunstärker, was ich eigentlich auch empfehlen kann für Leute, die jetzt nicht so Probleme haben. Ja, und dann habe ich letztes Mal bei Chica Maxx so etwas gefunden. Ich habe mir gedacht, oh, das muss ich haben, das wollte ich unbedingt mal haben, denn ich habe von Action so eine ganz normale Bürste, wo ich das Peeling draufgebe. Und ich habe das jetzt schon öfters gesehen, ich habe mir gedacht, so, das nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Das ist nämlich mit Batterie. Und das Ganze hat gekostet nur 6,99. Ich habe das, glaube ich, auch mal im Action gesehen, glaube ich, aber ich habe das jetzt dort gefunden, das ist nämlich so etwas Interessantes, da kann man nämlich das einstellen. Hier schaltet man das ein, man sieht dann, okay, dass die Batterie noch voll ist. Ja, und dann hat man auch ein Plus- und ein Minusknopf. Ja, also ich kann euch das auch empfehlen. Ja, ich finde das auch gar nicht mal so schlecht, weil dann kann man wirklich einmal so gründlich auch das Gesicht entfernen. Und ich habe mir so eine Schüssel genommen mit Wasser und wir werden heute das gemeinsam probieren, was ich euch letztes Mal im DM gesagt habe. Dieses Beauty-Klinik, das ist so gut, also ihr merkt, ich habe schon fast die Hälfte leer gemacht. Und es kostet nicht viel, es kostet, glaube ich, 3,99, also knappe 4 Euro. Und da werden wir uns jetzt da einmal eine schöne Portion rauflegen. Genau. Bisschen Wasser. Ich habe davor schon mein Gesicht gewaschen. Ja, genau. Und jetzt legen wir los. Ja, ich habe heute mich entschieden mit der Sprach, also mit der Sprachnachricht, eben deswegen, weil ich bin heute nicht alleine. Und ich wollte nicht, dass ihr euch ein bisschen abgelenkt fühlt. Und deswegen habe ich mich für heute so entschieden. Ja, aber wenn euch solche Videos gefallen, würde ich das liebend gerne oft machen, weil ich schaffe es oft unter der Woche nicht, alles zu zeigen. Es ist einfach viel zu viel. Und gerade jetzt, wo ich das mit den Ärzten habe, ja, wird einfach zu viel. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch einmal so am einen Sonntag oder so einmal eine Review abgebe. So, ich habe mein Gesicht jetzt gewaschen, wie ihr sehen könnt. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Und was ich euch auch nicht gezeigt habe, von Pixi habe ich mir endlich diesen Glowtoner gekauft. Ich habe das jetzt schon so oft gesehen auf Instagram, auf YouTube. Und ich wollte mich selbst überzeugen. Ich habe aber ein bisschen habe ich mich geärgert. Ich habe nämlich, ich hätte 50 Milliliter noch dazu nehmen können, hätte ich 6 Euro drauf gezahlt. Ich habe, die Flasche war einfach so groß auf der Douglas-Online-Seite. Aber ja, ihr wisst ja, oft schaut das ja immer online anders aus. Also ich habe jetzt für 100 Milliliter habe ich bezahlt 12,99 plus 25 Prozent auf Douglas. Und ich habe das schon zweimal verwendet, aber es ist sehr ergiebig, muss ich sagen. Und ich habe mir gedacht, ich werde in einer Woche die Flasche leer machen. Aber es ist wirklich sehr ergiebig. Und das ist so ein wirklich schöner Glowtoner, der erfrischt. Und ich würde mir so gerne auch mal von Jepoda etwas mal holen. Aber ich muss einmal schauen, wie ich das mache. Weil Jepoda hat nur Online-Banking. Ja, vielleicht werde ich mir irgendwann mal in meinem Leben Online-Banking einrichten. Aber ich kann euch das von Pixi wärmst empfehlen. Habt ihr Erfahrungen mit Pixi oder Jepoda? Könnt ihr mir gerne mal unten in den Kommentaren schreiben. Würde mich gerne interessieren. Ja, ich habe davor eigentlich nie so viel Glowtoner verwendet. Eigentlich schade. Ja, jetzt gehen wir zu einem Produkt von Isana. Das habt ihr auch viele in Deutschland. Das habe ich damals im Tauschpaket bekommen von der Jenny. Das ist ein Creme Serum, was mich positiv überrascht hat. Wenn man sich das auf dem Gesicht draufgibt, hat man irgendwie das Gefühl, das Gesicht ist prall. Und ja, ich mag das sehr. Also ich muss der Jenny sagen, sie muss mit dem nächsten Tauschpaket. Oder vielleicht werde ich sie fragen, ob sie mir das schicken kann. Dann schicke ich ihr das Geld zu. Oder vielleicht bei der nächsten Tauschgelegenheit muss ich schauen. Ja, und heute werden wir die Maske probieren von Action. Ich fand die so süß mit den Enden. Die passt ganz genau zu meinem schönen Haarband. Ja, jetzt werden wir die Max... Und die Masken von Action sind immer super. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Die sind wirklich jedes Mal toll, sind die Masken von Action. So, wir werden dann kurz dann auch ein Cut machen. Und dann werden wir schauen, dass ich mich dann wieder melde, wenn ich fertig bin. Aber ich muss sagen, die Masken von Action sind jetzt nicht teuer. Und die haben auch immer so viel Feuchtigkeit. Und die passen wirklich auch einen großen Gesicht runden wie bei mir. Nur mit der Nase hatte ich ein bisschen Probleme. So, aber bald habe ich es geschafft. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Alles ist okay. Ja, ich liebe die Masken von Action. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und ich gebe mir dann immer den Rest von der Maske immer auch sehr gerne am Hals und Dekolleté. Aber die Nase... Ah, jetzt habe ich es geschafft mit der Nase. Die Nase wollte irgendwie nicht. So, ich melde mich dann gleich wieder. Nach 15 Minuten. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Also, ich bin immer positiv überrascht von den Masken von Action. Die sind immer so gut und so ergiebig sind die. Ja, und dann wollte ich euch fragen, wollt ihr, dass wir einmal so eine Revue machen? Ich habe ja die letztes Mal in Action so drei Paletten gekauft. Wollt ihr, dass wir die mal eine Revue machen? Dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Und ich habe zur Zeit diese drei kleinen Parfüms bekommen in Deo-Roller. Ich verwende die jetzt eigentlich in der Früh gerne. Ich tue mir da gerne oft so auf den Handflächen und da ein bisschen unter den Ohren tue ich sie mir. Und komischerweise, dadurch, dass er jetzt kein so Parfüm ist, bleibt das auch sehr gerne. So wie die Body Lotion bleibt das sehr gerne auch in der... Man merkt immer, wenn ich hin und her gehe, dass ich das auch merke. Und man hat auch nämlich auf Pink 20 hat man nämlich noch zusätzlich 20%. Auf diese Stelle danke ich den René, weil diese Stifte kommen so in einen Roller. Und ich finde das immer sehr praktisch, weil es ist auch nicht so schwer als Parfüm. Man hat das in der Handtasche. Ja, und was ich euch noch zeigen wollte von L'Oreal, habe ich letztes Mal bei Chicken Max mitgenommen. Das hat gekostet nur 2,99 und das sind so drei Masken. Die würde ich gerne mit euch nächsten Sonntag probieren. Und wenn ihr das wollt, können wir das gerne nächsten Sonntag probieren. So meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt. Ich verabschiede mich jetzt und würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Ich hoffe, einen schönen Sonntag. Eure Lola.